Es sind ganz, ganz viele Dinge, die du für dich selbst mitnimmst. Aber für mein eigenes Leben, man zieht sich ja so viel heraus. Es ist ja nicht nur ein Geben, aber es ist so viel an Zurückbekommen. Weil wenn du Menschen begleitest in ihrer letzten Lebenszeit, dann geht es oft wirklich so ums Eingemachte. Und wenn du Glück hast, das passiert nicht oft. Aber dann manchmal, und man kann noch gut reden, dann geben sie dir ihre Essenz, ihre Lebensweisheit mit. Und da kann man so viel lernen, das ist unglaublich bereichernd. Liebste Dubbys, liebste Dubbys. Liebste Dubbys, schön, dass ihr wieder reinhört. Und herzlich willkommen bei Dubbys, dem Diary of Volunteers on Earth. Ich freue mich sehr, nicht nur über diese Folge, sondern eigentlich ganz grundsätzlich. Wie der Teaser schon vermuten lässt, ist der heutige Tagebucheintrag wieder ein sehr, sehr spezieller. Aber zuerst, ihr wisst es ja schon, ein bisschen Housekeeping. Dieser Tage ist nämlich richtig viel los. Dub wird sich weiterentwickeln. Nächste Entwicklungsstufe, Tourtalk. Wie ich als Person, ich werde mich auch weiterentwickeln. Und dafür habe ich ein paar ganz liebe Menschen eingeladen, die mir mit ihren Ideen und ihrer Kreativität dabei geholfen haben. Fettes Shoutout an dieser Stelle an meine Fellow-Creators. First and foremost an meine beiden Brüder. Der eine hat zwar den Termin verschlafen, das macht aber nichts, das sei ihm verziehen, er war am Vortag fort. Maxi und Luki, Liebe geht raus an euch. Auf Instagram heißen sie Mixelstritzl und Jürgen Snickers. Der eine macht bildnerische Kunst, sozusagen. Seit Neuestem richtig geile 10x10 cm große Mini-Paintings. Also wendet euch an ihn, wenn ihr sowas gerne hättet. Und der andere produziert Musik. Auch gerne mal reinhören, zum Beispiel auf Soundcloud. Und dann noch ein riesiges Dankeschön an Roxy, aka I Call Myself Roxana. Auf Instagram. Die hat im letzten Jahr ihre ersten Live-Konzerte gespielt und macht gerade selbst eine irrsinnig interessante, nennen wir es mal, Content-Reise. Oder startet sie eigentlich gerade. Also da auch gerne mal vorbeischauen. Dann noch ein großes Shoutout an die Lou, aka An Austrian Abroad. Die ist eine Creative Writerin. Das ist ihr Metier, aber sie hat durch ihre Tätigkeit als Social-Media-Beraterin auch mir irrsinnig viel beibringen können und mir irrsinnig viel schon geholfen. Und last but not least auch noch ein Shoutout an den Benjo und den Phil. Der eine macht extrem geile Hip-Hop-Beats. Benjo, Benjo-Punkt auf YouTube, ist auf YouTube schwer zu finden, lieber über Google, hört es dort einmal rein. Und der andere macht immer wieder mal Twitch-Livestreams, wo er verschiedenste Spiele spielt. Meistens Smash. Ich glaube, er hat letztens wieder mal Leuten mit Smash-Spielen Geld abgezockt. Ich hoffe, es stört ihn nicht, dass ich das hier verlautbare. Und vor allem hat er mir meine heutige Gesprächspartnerin vermittelt, nämlich seine eigene Mom. Aber dazu kommen wir gleich. Zuerst auch noch ein riesengroßes Dankeschön an euch da draußen fürs immer wieder reinhören. Wir haben, ihr habt es eigentlich gemeinsam dafür gesorgt, dass DAF mittlerweile über alle Plattformen hinweg die tausend Hörermarke, Hörerinnenmarke, Entschuldigung, geknackt hat. Ich bin hammerbegeistert, richtig geile Sache. Und damit die dicke Taube jetzt noch richtig Flügel bekommt, noch einmal eine Erinnerung und eine Bitte an euch an den Podcast Award von Ö3. Bis 5. Februar könnt ihr noch jeden Tag abstimmen. Gewisse Personen in meinem eigenen Umfeld machen das zum Beispiel immer, wenn sie aufs Klo gehen. Also das gute alte Shit & Scroll kann ich nur wärmstens weiterempfehlen. Den Link und auch alle Plugs zu den Menschen, die ich gerade erwähnt habe, die gibt es in den Shownotes. Jetzt aber zur heutigen Folge mit Karin. Karin ist, wie bereits gesagt, die Mama von Phil. Und ihr zuzuhören, das war irrsinnig bereichernd und spannend, weil sie hat nämlich jahrelang in verschiedenen Rollen in der Hospiz- und Palliativbegleitung gearbeitet. Zuerst ehrenamtlich, später dann auch hauptamtlich als Koordinatorin für all die anderen Ehrenamtlichen. Immer für den Hospizverein Steiermark. Und dabei hat sie mit vielen Menschen zu tun gehabt, Erwachsenen, aber auch Kindern, die vor ihrem Lebensende stehen. Die schwer krank sind, einfach schon altersbedingt ihr Lebensende erreicht haben. Und man kann sich vorstellen, erstens einmal, dass das kein leichter Tobak ist, gebe ich zu. Aber, dass man davon irrsinnig viel lernen und mitnehmen kann. Und ich bin ungemein dankbar, dass sie ihre Erkenntnisse und ihre Weisheiten in Dove, im Diary of Volunteers on Earth, mit mir geteilt hat und auch in weiterer Folge mit euch teilt. Und wie ihr merken werdet, tauchen wir gleich vom Beginn weg ziemlich tief in die Materie ein. Und es ergibt sich dann so ein bisschen ein Zick-Zack-Kurs, ohne wirklich einen besonderen roten Faden. Aber wie Karin mir dann auch nach dem Podcast noch einmal mitgegeben hat, das Leben verläuft halt einfach nicht linear, ob man will oder nicht. Nichtsdestoweniger lohnt es sich wirklich, diesen ganzen Podcast anzuhören. Ich habe irrsinnig viel über das Leben und auch über das Sterben gelernt. Und ich hoffe, es ergeht euch auch so. Ganz viel Spaß mit diesem Eintrag von Diary of Volunteers on Earth. Wobei mir jetzt gerade kommt, Spaß ist eigentlich das falsche Wort. Ganz viel Interesse und Neugierde. Sagen wir es so. Wir fangen einfach ganz gemütlich an. Ich sitze da im Wohnzimmer von der Karin. Und die hat mir schon einen leckeren Verlängerten gerichtet. Und ich bin über deinen Sohn zu dir gekommen eigentlich. Shoutout an den Phil. Der hat nämlich gemeint, du suchst du vielleicht noch Leute für deinen Podcast. Meine Mom hat sicher voll viel spannende Sachen zu erzählen von ihrer Tätigkeit. Und er hat mir dann erzählt, dass du eben für den Hospizverein und für die Palliativpflege jahrelang engagiert warst. Und ich habe mir gedacht, ich finde das ein irrsinnig spannendes Thema. Ich habe auch während meiner Tätigkeit für die Kleinen Zeitung mit einer Mutter, deren Kind in Palliativpflege war, bis es verstorben ist, ein Interview gemacht. Beziehungsweise eine Geschichte darüber. Also ich finde das Thema ist irrsinnig spannend. Das ist natürlich ein oft schwieriges Thema, wo viele Leute, aber darauf gehen wir vielleicht später auch noch mehr ein, ein Problem damit haben. Aber vielleicht fangen wir an mit etwas ganz einfaches, nämlich einer Begriffsklärung. Weil Hospiz und Palliativ wird ja oft sehr synonym verwendet. Gibt es da eigentlich einen Unterschied oder ist es ein und dasselbe? Naja, es ist so, dass sich die Palliativmedizin hat sich aus der Hospizbewegung heraus gebildet. Es ist so, dass Mitte des letzten Jahrhunderts die Hospizbewegung, das heißt, wie gehe ich mit Menschen in der letzten Lebenszeit um? Und welche Bedürfnisse haben sie? Und die Cicely Saunders, das war so die Gründerin damals, die hat einfach ganz, das ist die Pionierin und einfach, die hat, dass die Menschen, die Bedürfnisse der Menschen, das sind körperliche, geistige, seelische Bedürfnisse des Sterbenden und auch die der Angehörigen, dass die alle wahrgenommen werden sollen und denen Platz gegeben werden soll. Und aus dem hat sich da die Hospizbewegung gebildet, weil einfach damals war es ja so, das war, wenn du vielleicht auch weißt, vor zwei Generationen noch, die Menschen sind zu Hause verstorben, sie wurden aufgebaut, da hat es diese Rituale gegeben und die ganze Familie war präsent. Es sind auch die Kinder dazugekommen und da war das Sterben und der Tod war einfach ein Teil des Lebens und das war ganz normal. Und dann ist durch die natürlich auch sehr positiven Entwicklungen in der Medizin, die nicht nur halt Positives hat, wurde das Sterben eigentlich ausgelagert. Das Sterben wurde in die Krankenhäuser verlagert und die Menschen, also die Medizin oder die Gesellschaft, besser die Gesellschaft, die konnte damit nicht umgehen. Also diese Kultur, die es früher gegeben hat, diese Sterbens- und Abschiedskultur, die ist eigentlich so in den Hintergrund gekommen und es ist ein kompletter unpersönliches Sterben oft gewesen. Man kennt die Geschichten im Badezimmer, der Klinik oder sonst irgendwo. Und die Hospizbewegung ist eigentlich da die Gegenbewegung dazu, die versucht hat, wieder eine Kultur zu schaffen, die Bedürfnisse der Menschen, der Patienten, der Angehörigen wahrzunehmen. Und aus dem heraus hat sich die Palliativmedizin entwickelt. Weil die Palliativmedizin, da geht es ja einfach darum, Menschen auch in ihrer unheilbar kranke Menschen in allen Bereichen zu begleiten, um einfach, und wo die Lebensqualität ist, das Allerwichtigste, die Selbstbestimmtheit des Menschen und die Lebensqualität. Und das hat sich daraus entwickelt eigentlich. Das heißt, das eine ist mehr so ein bisschen der medizinische Aspekt des Sterbens und des Lebensendes und das andere ist mehr so das Holistische und alles drumherum, Psyche, Seele und Pflege als solche. Also das würden jetzt die Palliativmedizin, würde das nicht gerne so hören, weil sie ja eigentlich auch versuchen, das zu leben. Na, kein Vorbar, aber es ist so. Also grundsätzlich geht es um die Haltung. Um die Haltung, wie begegne ich einem Menschen, einer Familie in der letzten Lebenszeit, beim Sterben, im Tod, in der Trauer. Und da eigentlich sitzen alle im selben Boot oder ziehen an einem Strang. Das heißt ja Hospiz- und Palliativcare. Aber weil du eben gesagt hast, die Begriffserklärung, es hat sich die Palliativmedizin und Palliativcare aus der Hospizbewegung heraus entwickelt. Und das ist heutzutage wirklich ein Top-Bereich der Medizin. Das sind ganz großartige Menschen und großartige Teams, die in diesem Sinne arbeiten. Du hast jetzt eh schon etwas aufgemacht, was ich mir auf jeden Fall notiert habe. Aber vielleicht fangen wir einfach gleich damit an, diese Distanzierung, die du angesprochen hast, die stattgefunden hat. Vom Tod, vom Sterben, dass man das ein bisschen ausgelagert hat. Und ich habe oft das Gefühl, und ich denke aber, dass das schon vielen Menschen so geht, dass daraus wirklich fast eine Angst vom Tod entstanden ist. Ein Tabu. Und dass es ein Tabu geworden ist, was es ja eigentlich sehr, sehr, oder das hat es ja gar nicht gegeben bis vor kurzem. Wenn man eigentlich die Menschheitsgeschichte anschaut, ist das ja nur eine ganz kurze Zeit, in der das Verhältnis zum Sterben so ist, wie wir es heute kennen. Also wie ich es und unsere Generationen und so weiter kennen. In deiner Erfahrung, was wäre ein alternativer Zugang oder was wäre wünschenswert, wie man wieder, oder was müssten wir wieder erlernen, mit dem Tod und mit dem Sterben umzugehen? Naja, ich glaube, wünschenswert und für jeden Menschen eine Bereicherung ist, wenn man sich einfach einmal mit seiner eigenen Endlichkeit auseinandersetzt, mit seinem, was habe ich für Wünsche, wie könnte ich mir vorstellen, dass meine letzte Lebenszeit ausschaut. Und ich sage immer, also es gibt ja vom Hospizverein gibt es ja dieses Hospizgrundseminar, diese Grundausbildung, die einem dann befähigt, ehrenamtlich zu arbeiten. Und da geht es eigentlich darum, um eine Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit. Und das ist so mehr oder weniger Selbsterfahrung und Wissensvermittlung gemischt. Und das ist also aus meiner Sicht ein Reichtum oder ein Schatz für jeden selbst. Egal, ob ich noch ehrenamtlich tätig bin oder irgendjemand einmal begleite, aber einfach, dass ich mich selbst einmal damit auseinandergesetzt habe, das macht dich einfach weiter. Und ja, du bist auch dann fähig, darüber zu sprechen, weil es ist ja, die Menschen verstummen ja vor lauter Hilflosigkeit und Angst. Und wenn du dich aber damit einmal auseinandergesetzt hast, dann tust du dich leichter. Was waren da für dich so die größten Erkenntnisse und Learnings, wo du begonnen hast, dich mit dem Thema intensiv auseinanderzusetzen? Ja, bei mir war es so, ich bin eigentlich, ich hatte überhaupt nichts mit dem Thema am Hut, aber als damals junge Mama ist bei meiner Nachbarin, mit der ich sehr befreundet war, auch junge Mama, drei Söhne, da ist der älteste Sohn bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Und dadurch, dass ich aber, dass meine Nachbarin und Freundin war, war ich ganz nahe dran. Und das ist für mich, war das überhaupt keine Schwierigkeit, sie zu umarmen, sie zu nehmen, zu schauen, was kann ich nur tun, ob ich jetzt einmal einen Kuchen gebraucht habe oder die anderen Kinder in etwas Gutes versucht zu tun, einfach versucht habe hineinzuspüren. Habe ich aber gemerkt, dass in unserem Haus, wo sich wirklich damals noch jeder jeden kannte und viele junge Familien waren, wie entsetzt alle waren natürlich, aber wie hilflos sie auch waren. Und ich habe, also die Nachbarin hat mir auch erzählt und ich habe es auch erlebt, die Menschen sind oft auf die andere Straßenseite gegangen, um ihr nicht zu begegnen. Aber nicht, sondern nur als Hilflosigkeit. Und da habe ich mir gedacht, so kann es nicht sein. Um dieser unangenehmen Situation vielleicht aus dem Weg zu gehen. Ja, der Hilflosigkeit, was sage ich? Und das ist so entsetzlich, wenn ich diese Mama sehe, die ihr Kind verloren hat, da rinnen mir selbst die Tränen runter. Aber nicht zu wissen, es passt so. Aber sie braucht diese Umarmung und sie braucht einfach nicht noch das Ausgegrenztsein dazu. Jetzt hat sie diesen Schicksalsschlag und ist dann ausgegrenzt auch noch dazu. Und für mich war das eigentlich mit dann, da habe ich mir gedacht, da muss es doch, da muss man sich informieren können oder wie gehe ich um? Und ich wollte einfach für mich selber lernen und habe damals dann beim Hospizwarrin angerufen, weil ich mir gedacht habe, wo kann ich mir Literatur ausbohren? Das war eigentlich nur das mein Hintergedanke. Und die Sekretärin, die Fügung, wie das halt so ist, hat dann gesagt, ja, natürlich können sie sich was ausbohren. Aber wir hätten morgen auch so einen Einführungsnachmittag, weil demnächst startet eine neue Ausbildung. Ja, und ich bin dort hingegangen und bin hängen geblieben, weil ich mir dort so, habe mir gedacht, genau da habe ich mich aufgefangen und gefühlt und genau das wollte ich. Es sind ganz, ganz viele Dinge, die du für dich selbst mitnimmst. Aber für mein eigenes Leben, so was man sich, man zieht sich ja so viel heraus. Es ist ja nicht nur, es ist ein Geben, aber es ist ein so viel an Zurückbekommen. Weil wenn du Menschen begleitest in ihrer letzten Lebenszeit, dann geht es oft wirklich so ums Eingemachte. Und wenn du Glück hast, das passiert nicht oft. Aber dann manchmal und man kann noch gut reden, dann geben sie dir ihre Essenz, ihre Lebensweisheit mit. Und da kann man so viel lernen, das ist unglaublich bereichernd. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich kriege ein bisschen Gänsehauten. Ja, wirklich, es ist so. Das sind Highlights. Das kommt selten vor, aber es kommt vor. Und man lernt, jede Familie, jeder Mensch geht auf seine eigene Art und Weise mit dem, ich sage jetzt, wenn man jetzt von jemandem ausgeht, der auf den Tod zugeht, der jetzt schwer krank ist und die letzte Lebenszeit durchlebt, hat einen anderen Umgang und Zugang. Der eine verdrängt total und bis zum Tag des Sterbens, solange er noch irgendwie was sagen kann, sagt er, morgen steh auf. Also da wird es komplett verdrängt. Und ich denke mal, auch da, er hat das Recht, jeder hat das Recht, so damit umzugehen, wie es für ihn passt. Und da wie der andere, der innere Prozesse durchleben, alle, davon bin ich überzeugt, aber der eine lässt zu, der andere nicht. Und ja, und das ist schon so spannend, wie unterschiedlich die Menschen umgehen. Und eben, ich finde das noch einmal ganz wichtig, fast herauszustreichen, dass es völlig okay ist, egal, wie man damit umgeht. Alles ist okay. So wie es für den Menschen richtig ist. Es steht niemandem zu, das zu bewerten. Und das ist etwas, was man in der Ausbildung lernt und auch als ehrenamtlich in der Haltung. Es geht wirklich um die Haltung, wie begegne ich diesen Menschen. Ich darf nicht glauben, dass ich missioniere, weil ich ja so viel, und egal in welche Richtung, gar nicht, sondern ich begleite. Und was er sagt und was er sieht, das ist seine Wahrheit und das ist okay. Und da tut man sie dann als Außenstehender, der von außen kommt, als Ehrenamtlicher, viel, viel leichter. Weil in der Familie, erstens ist die Betroffenheit so riesengroß, die Traurigkeit, der Schmerz, aber auch Konflikte von Ewigkeiten her, alles mischt sich da. Und der Patient ist oft in der Situation, dass er, und mir das jetzt wahrscheinlich genauso gehen, wenn da jetzt meine Familie um mich herum wäre, du siehst eh schon, wie sie leidet. Und dann noch irgendetwas, was dir am Herzen liegt, zu sagen, hast du Angst, dass das Leid noch vergrößert wird, du willst nicht noch mehr belasten. Und als Außenstehender bist du einfach da und bist offen dafür. Und der Patient kann dir erzählen. Und wenn es heute so sieht und morgen anders, sieht es auch okay. Das ist oft so. Und du lässt einfach alles zu. Und er kann dir auch sagen, dass es ihm wirklich scheiße geht. Und da sagt er seinen Angehörigen nicht, weil die sind eh schon so betroffen. Und das ist, glaube ich, eine gute Qualität für eine Begleitung von außen. Wenn es stimmig ist. Wenn es für den Menschen und für das Familiensystem passt. Also es ist auch nicht etwas, was für jeden passt, höre ich da raus. Absolut nicht. Also ich selbst, obwohl ich jetzt wirklich elf Jahre rein ehrenamtlich begleitet habe, ich bin nicht sicher, ob ich es haben möchte, weil ich für mich ja einfach ganz viel gern mit mir allein ausmache. Aber wie gesagt, das sind auch nur Vermutungen. Wie es dann wirklich ist, weiß ich ja nicht. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass man ja keine Zwangsbeglückung macht. Und wir erleben auch oft, dass Angehörige, die das wirklich so gut meinen, die das Allerbeste wollen für die Mutter, den Vater, den Partner, uns anrufen oder angerufen haben und um eine Begleitung gebeten haben. Aber wir klären immer zuerst ab, ob der Betroffene das auch wirklich möchte. Weil oft ist es so, dass der das nicht möchte. Und oft ist es so, dass er es möchte. Also das ist, aber eine Zwangsbeglückung muss auf alle Fälle vermieden werden. Weil er hat ja nur mehr so wenig Zeit und die soll er dann noch zwangsbeglückt werden. Ich meine, das ist ja, na, es ist so. Stimmt, ja. Ich finde das spannend, weil ich mich, jetzt wo du erzählt hast, habe ich darüber nachgedacht und es ist ja immer so, dass man sich selbst am besten zuerst bei der Nase nimmt, bevor man bei anderen schaut. Weil eben dieses, also ich habe oft das Gefühl, dass, wie sage ich das am gescheitesten, wenn Leute, ich habe jetzt persönlich noch nicht viel mit dem Sterben zu tun. Doch noch relativ junger Mensch. Aber über Medien, Filme, Hollywood, was natürlich nie eine reale Abbildung sein kann, kriegt man aber oft das Gefühl vermittelt, dass wenn zum Beispiel jemand schwer krank ist oder einfach nach einem Unfall gar wenig Lebenswillen hat, weil er, keine Ahnung, gelähmt ist von Hals abwärts oder so. Dass Menschen, die in solchen Situationen sind, entwickeln dann oder entwickeln eben nicht diesen Lebenswillen, der jemand hat, der vielleicht nicht schwer erkrankt ist. Und dass das aber was Negatives ist, wenn Leute so zu denken anfangen. Aber wenn ich es bei dir jetzt richtig rausgehört habe, dann ist das aber durchaus ein Gedanke, der komplett legitim ist für jemanden, der schwer krank ist, oder? Natürlich. Und wie würdest du mit der Erfahrung, die du hast, Leuten da draußen, die zum Beispiel ein Familienmitglied haben, das schwer krank ist und diesen Lebenswillen zum Beispiel nicht mehr zeigt, was könntest du denen raten? Auch wenn es natürlich keine Universallösung gibt, das ist schon klar. Aber was ist grundsätzlich ein guter Zugang aus deiner Sicht, wenn man merkt, die Person hat überhaupt keine Lust mehr, hier in diesem Leben zu sein und das weiterzuführen, aus welchen Gründen auch immer, was wäre ein guter Zugang aus deiner Sicht? Also, ich würde zuerst mal versuchen zu schauen, was steckt dahinter. Ist es jetzt, ich will nicht mehr leben, ich will so nicht mehr leben, auf diese Art und Weise? Oder ich will überhaupt nicht mehr leben? Und ich denke mal, da soll man schauen, dass wirklich alle Aspekte, alle Möglichkeiten angeboten werden, um die Lebensqualität, die bestmögliche Lebensqualität diesen Menschen zukommen zu lassen. Und so zu unterstützen, was ist alles möglich? Und ich würde auf alle Fälle Verständnis haben. Das heißt ja nicht, dass ich sage, okay, ich bin jetzt für die aktive Sterbehilfe oder so, aber einfach, ich verstehe diese aller, aller schwierigste Situation, das Mitaushalten. Darum geht es oft. Das ist aber eh schon mal was irrsinnig Schwieriges, das Aushalten. Ganz schwieriges. Und da kann ein Ehrenamtlicher auch die Angehörigen einfach ganz, ganz gut unterstützen. Mut machen, das ist ganz, ganz viel oft, weil Angehörige natürlich auch ganz viel Angst haben. Aber einfach Mut machen, dran zu bleiben und ihnen auch zu sagen, wie wichtig und wertvoll und schön es ist, einfach dieses Dasein und die Angehörigen da einfach auffangen. Das ist ganz auffangen und mit ihnen mitgehen. Begleitung ist ja eigentlich nichts anderes, als wie ein paar Schritte mitgehen. Und das ist nichts so Großartiges oder Sensationelles. Das sind oft wirklich kleine Schritte, aber Schritte, die halt gut tun. Das ist auch auf jeden Fall ein Zitat, das sich bei mir eingeprägt hat von der Mutter, von der ich vorher schon erzählt habe, die ihr schwer krankes Kind heuer erst mal das verloren hat und die ich für die Zeitung interviewen habe dürfen. Die hat nämlich gesagt, wenn dein Kind stirbt, dann ist es wie wenn du von einer Klippe runtersaust und dann brauchst du ein Auffangnetz, das dich auffangt. Und sie hat das eben genau im mobilen Palliativ-Team gefunden und sie hat da auch erzählt, dass das was ist, was sie sich ganz lange überhaupt nicht vorstellen hat können, weil sie eben genau das Gefühl gehabt hat, wenn ich jetzt um Hilfe bitte und die Palliativpflege kontaktiere, dann ist das quasi schon so, als ob ich mein Kind aufgeben würde. Das ist schon das Todesurteil. Genau, genau. Und sie ist nämlich wirklich auch auf uns zugekommen, weil ihr das so wichtig war, über das zu sprechen, weil sie eben mit diesem, ich weiß nicht, ob Stigma das richtige Wort dafür ist, aber mit diesem Vorurteil, was wahrscheinlich oft gegen... Ja, ja und auch, es ist auch, wie Sie sagen, die Gesellschaft tut sich auch total schwer, die Menschen tun sich oft schwer, dass das nach außen hin halt bekannt wird. Und ich habe das oft erlebt, dass sie möchten, dass vom mobilen Palliativ-Team das Auto nicht vor der Tür parkt, weil es soll ja auch die anderen nicht so wissen. Aber es ist einfach, es ist eine Begleitung. Ja, absolut. Genauso hat sie es auf jeden Fall auch. Und ein Auffangnetz. Ja, genau. Und eben ein multiprofessionelles Auffangnetz. Das ist bei den Palliativ-Teams ja so schön, weil die wirklich mehrere Berufsgruppen haben. Sie haben den Mediziner, sie haben die Krankenschwestern, sie haben Sozialarbeiter, sie haben Ehrenamtliche, sie haben Psychologin, sie haben eine Seelsorgerin beim Kinderteam. Also es ist wirklich ein breites Auffangnetz und man schaut, wer könnte da gerade gut tun. Und es ist ganz unkompliziert eigentlich auch und ganz, ich sage mal, nett einfach. Zum Wohlfühlen. Jetzt nicht irgendwie, ich bin Medizin und da und du bist da, sondern es ist einfach wirklich ein Miteinander. Ein Miteinander und auf Augenhöhe kann ich mir vorstellen. Absolut, das ist so und so. Hospiz und Palliativ ist immer Augenhöhe. Das ist eines der, sollte die ganze Medizin, sollte so sein. Aber das ist natürlich eines der Hauptschwerpunkte, immer auf Augenhöhe zu begegnen. Jetzt sind wir schon sehr in die Tiefe gegangen eigentlich. Du hast schon von deinen ersten Schritten sozusagen auf dieser Reise erzählt, wie du begonnen hast, dich zu informieren. Aber magst du vielleicht noch ein bisschen was erzählen, wo dich diese Reise hingeführt hat? Also was du alles gemacht hast, welche verschiedenen Tätigkeiten du ausgibt hast und ja. Also ich habe nach der Grundausbildung bin ich gleich ins Ehrenamtliche Hospiz dem Ingraz und habe da einfach zu begleiten begonnen. Habe am Anfang auch nicht genau, war auch unsicher und nicht genau gewusst, was mich so erwartet und habe dann in einem Pflegeheim begonnen zu begleiten. Lange Zeit eigentlich in einem Pflegeheim der Caritas und habe da einfach mehrere Menschen begleitet bis zu ihrem Lebensende hin und auch durfte auch bei manchen, beim Sterben wurde ich gerufen und durfte da präsent sein und diese Menschen begleiten und habe so eigentlich meine ersten Erfahrungen gemacht und gespürt und versucht einfach mit allen Sinnen immer zu spüren, was ist denn jetzt gerade gut für diesen Menschen. Ich habe da gelernt auch, wie ich eine Begleitung, wenn ich wohin gehe, wie ich das angehe. Du musst ja dann wirklich so präsent sein, dass du deine privaten Alltagssachen wirklich bewusst hinten anstellst und ich habe dann für mich auch so Rituale entwickelt. Also in dem Caritasheim, da hat es eine kleine Kapelle gegeben und wenn ich gekommen bin, dann habe ich mich mal so zwei, drei Minuten einfach nur hingesetzt und einfach um so bewusst meinen Alltag hinten zu lassen. Und wenn ich dann in das Zimmer der Menschen, die ich begleitet habe, gegangen bin, dann war ich wirklich zu 100 Prozent da. Weil ich habe schnell lernen dürfen, wenn es nämlich nicht so ist, wenn man immer noch ein bisschen was vom eigenen Alltag im Hintergrund hat, Menschen checken das auch, checken das sofort. Und sie werden sich dir nie öffnen, wenn du nicht wirklich zu 100 Prozent, auch wenn du glaubst, du gibst dich jetzt eh so, das ist nicht. Sie spüren das, die haben diesen Sinn und spüren, dass du jetzt wirklich für sie da bist. Dann denke ich, dann ist eine Begleitung, dann kann sie gut laufen. Und wenn ich, wenn ich, und das sind natürlich oft sehr schwere Geschichten, die, sehr viel Biografiearbeit war das dort, die mir halt erzählt wurden. Und es ist ja auch wichtig, dass du dann wieder aus dieser Situation herausgehst. Wenn die Begleitung, wenn du dich verabschiedet hast, einfach wirklich so ganz bewusst wieder heraus und wieder in mein Leben hinein. Und dann tut es gut, wenn du ein bisschen zu Fuß gehst oder irgendwie einfach auch so ein Ritual hast, um das einfach wieder gut abzugeben. Also das habe ich dort gelernt. Dann habe ich eigentlich, ich habe ihr auf Palliativstationen begleitet, wo es wirklich also nicht so die Lebenszeit noch mal eine ganz, ganz kurze war, was wirklich oft rein, wirklich Sterbebegleitungen waren, auf der Hospizstation. Dann wurde bei der Hospizstation auch ein Tageshospiz errichtet, wo einfach lebensbedrohlich oder unheilbar kranke Menschen, das ist so wie so eine Tagesbetreuung oder einen Tag verleben dürfen, einen Tag in schöner Lebensqualität, wo man einfach sucht diesen Menschen mit einem gemeinsamen Frühstück, mit gemeinsamen Aktivitäten, aber auch mit Gesprächen, was so gebraucht wird, einen schönen Tag zu schenken. Da habe ich auch, ich habe einfach alles ausprobiert und kennengelernt, wenn man so dann auch Trauerbegleitungen, denn einfach wirklich die Menschen versterben und manchmal die Angehörigen einfach so verzweifelt sind, die Angehörigen aufzufangen und mit den Angehörigen mitzugehen durch die Trauer, durch die Phasen der Trauer. Von welchen Phasen spricht man da? Naja, es ist so wie es beim Sterben, wenn du dich aufs Sterben hinbewegst oder auch durch die Trauer, eine Trauer durchlebst. Dann siehst du, ich weiß nicht, Elisabeth Kübler-Ross, das ist auch so eine Pionierin, die tausende Stunden am Betten von Sterbenden gesessen hat und Trauer, die hat auch so Interviews mit Sterben und die hat ja einfach ganz viele tolle Bücher geschrieben und früher mal hat man gesagt, es gibt so Phasen, die so chronologisch ablaufen, das sagt, davon ist man jetzt schon ab, man sagt, das durchmischt sich, aber es ist einfach, man braucht sich nur vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt bei einem Verkehrsunfall jemand, der Partner verstirbt. Das erste ist der Schock, der absolute Schock. Das ist die Schocksituation, wo du einfach nur funktionierst wie ein Roboter, wo du einfach diesen Menschen einfach nur so aufhagst und schaust, einfach ihm was zum Essen gibst, ihn einwickelst, ihn einfach nur dabei bleibst. Dann kommen Phasen, wo du einfach tiefe Verzweiflung hast. Phasen, wo du haderst. Und das mischt sich dann oft alles. Dann Phasen, wo du versuchst, langsam wieder das annimmst, was passiert ist. Irgendwie die akzeptieren, versuchst zu lernen. Dann glaubst du selber schon, jetzt geht es mir schon viel besser, aber dann kann doch irgendeinen Satz, ein Lied, eine Begebenheit, kann wieder die tiefe Verzweiflung kommen. Genau, Geruch ist ganz was Wichtiges. Also das vermischt sich, aber das sind so Gefühlsphasen. Und das Schöne ist einfach, wenn die Menschen dann in der Trauer wieder nach vorne blicken können und die Trauer mehr oder weniger integrieren. Das ist Teil meines Lebens. Ich kann es nicht ändern, kann es nicht ungeschehen machen, aber ich trage es in mir und deinem eigenen Leben wieder einen Raum geben kannst. Und beim Sterben ist es einfach so, durchlebst du auch ganz viele Phasen. Dann gibt es auch noch die Phase des Verhandelns, wo du einfach sagst, siehe die Geburt des Enkelkindes, das will ich noch erleben, dann bin ich bereit. Wenn das Enkelkind geboren ist, dann ist meistens aber die Taufe noch. Also es sind einfach auch ganz viele Gefühlsphasen, die die Menschen durchleben. Und das Schöne, der Wunsch oder das Ideal, wie es vielleicht dumm ausdrückt, aber ist halt die Einstimmung. Ich bin bereit. Zwar in einer Form von inneren Frieden, so das Leben irgendwie so, dass es rund ist. Und das ist auch oft die Aufgabe von Hospizbegleitung und Palliativcare, einfach dem Menschen und dem Familiensystem zu helfen, es rund zu machen. Was steht noch an? Was gehört noch vielleicht? Welche Konflikte sind noch? Können einmal angeschaut. Und dann kann man, und da tut sich eben auch, ganz zum Schluss kann sich dann so viel tun, so ein Friede entstehen. Das ist halt so das Ideal. Immer ist nicht so. Nein, das ist klar. Hört man immer wieder von Leuten, die jemanden verlieren, dass ich gar nicht mehr die Möglichkeit gehabt habe, mich zu verabschieden. Und das stelle ich mir vor, was gerade sehr, sehr schwierig sein muss, wenn man eben, wie du sagst, vielleicht noch den einen oder anderen, auch wenn es nur ein kleiner Konflikt war, der eigentlich leicht aufzulösen gewesen wäre. Ja, oder man hat gerade an dem Tag eine Unstimmigkeit gehabt. Eine Lächerlichkeit, die dann groß ist. Aber auch da kann man, glaube ich, schon helfen, indem man einfach, es gibt heutzutage so viele Möglichkeiten. Man kann auch, wenn ein Mensch verstorben ist, wenn er in der Bestattung ist, man kann auch dort noch hin, man kann das alles arrangieren, dass man dort einfach noch einmal das alles anspricht und sich Zeit gibt. Da kann ich mich verabschieden. Also das ist heutzutage wirklich möglich, dass man sich die Zeit nehmen kann und auch nehmen soll, weil das so wertvoll ist. Und man kann auch um Verzeihung bitten, wenn ein Mensch schon verstorben ist. Und vergeben. Das sind die zwei wichtigen Dinge. Das ist halt echt etwas, was mir vorkommt, dass das viel, viel weniger Raum und Platz bekommt, als es früher war. Haben wir eh schon vorher geredet, eben diese Distanzierung. Und aber auch, und ich kenne es von mir selber, das ist zwar überhaupt nicht vergleichbar jetzt, wenn jemand verstirbt, aber es kann ja auch ein Beziehungsende, ein Verlust. Genau, ein Riesenverlust ist das. Der einen sehr hart trifft und dass man dem dann versucht auszuweichen, weil man eben nicht in diesen Raum, wo Schmerz und Trauer und Angst... Ja, weil es einfach wehtut. Es wehtut, weil es hart ist. Aber dann eben sich bewusst zu werden, ich muss mich da jetzt bewusst hineinstellen und ich muss das jetzt auch aushalten können, weil dann habe ich zumindest das persönliche Gefühl oder die Erfahrung gemacht, dann fällt es einem längerfristig leichter, wenn man sich da mal hineingestellt hat. Natürlich, der Lohn ist groß, aber es braucht halt auch ein bisschen Mut. Ja, genau. Und da ist halt auch gut, wenn man vielleicht... Manche machen es mit sich selbst und manche haben einfach jemanden, mit dem sie das durchreden können oder der sich da ein bisschen stützt. Oder auch eine gesunde Mischung kann es ja natürlich auch sein. Ja, natürlich. Das ist das Allerbeste. Ja, genau. Wenn man beides kann. Genau. Ja, haben wir jetzt eigentlich das mit deiner Reise ausreichend beantwortet? Also, ich habe eben in allen Bereichen, in denen der Hospizverein mit ehrenamtlichen Diensten tätig ist, habe ich Erfahrungen sammeln dürfen. Und für mich war es dann einfach auch so, dass meine eigenen Kinder schon so waren, dass ich auch mehr investieren konnte. Und wollte. Und es wurde da die Zusammenarbeit mit dem mobilen Palliativteam für Erwachsene intensiviert. Und da habe ich dann auch als Koordinatorin begonnen. Das heißt, ich bin zu Teamsitzungen des mobilen Palliativteams gegangen. Dort wurden die aktuellen Patientengeschichten vorgetragen. Man hat geschaut, wo ehrenamtliche Begleitung gut tut. Als Koordinatorin war ich so die Begleiterin der Begleiter auch. Das heißt, ich habe unser ehrenamtliches Team in Graz, das waren so 80 Personen. Und die waren teilweise eben auf der Hospizstation, teilweise Palliativstation. Aber es gab auch einen Pool derjenigen, die nach Hause gingen, die so, wie wir immer gesagt haben, ambulant tätig sind, die ich gut gekannt habe. Und ich habe dann einfach geschaut, wenn ich gehört habe, da ist jetzt eine junge Mutter, die schwer krank ist und die Unterstützung bräuchte. Oder der Gatte bräuchte Unterstützung. Oder es wäre auch schön, wenn jemand sich um die Kinder, den Kindern ein bisschen Normalität geben könnte. Und ich habe dann überlegt, wer könnte passen und habe dann Kontakt mit der Familie aufgenommen, mit der Patientin. Also ich habe das angeboten und habe die Ehrenamtlichen eingeführt und habe geschaut, wer könnte da einfach von der Persönlichkeit gut passen. Und dann, so ist dann eine Begleitung zustande gekommen. Man hat aber immer genau geschaut. Natürlich, für beide Seiten passt das auch wirklich. Weil, wie gesagt, das haben wir schon vorher gesagt, Zwangsbeglückung ist für beide Seiten ganz schlecht. Genau. Und das habe ich insgesamt, war ich zehn Jahre als Koordinatorin beim Palliativtum für Erwachsene. Und ein paar Jahre später, seit einigen Jahren, gibt es ja auch ein Palliativtum für Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene. Und als das gegründet wurde, war ich auch dort als Hospizkoordinatorin dabei. Ich habe natürlich überall dann, also die speziellen Ausbildungen dazu gemacht. Ja, und habe auch dort koordiniert. Nebenbei habe ich, nachdem ich halt schon auch Erfahrungen sammeln durfte, habe ich auch in den Hospizgrundseminaren mitgearbeitet. Ich habe beim Universitätslehrgang für Palliativcare die Einheit fürs Ehrenamt übernommen. Also ich habe mich da so, oder Vorträge und so weiter. Ja, in diese Richtung auch weiterentwickeln dürfen. Das heißt, du hast sehr, sehr viel Erfahrung mit Ehrenamtlichen und eben auch selbst, aber auch mit Leuten, die sich ehrenamtlich engagieren. Gibt es irgendeinen, eine Art gemeinsamen Nenner im Punkto Antrieb und Motivation, der sich für dich herauskristallisiert hat über die Jahre, warum die Leute das gerne machen wollen und warum sie so wie du, weil du sprichst die ganze Zeit von dürfen und ich finde das so bemerkenswert eigentlich, dass man es als Geschenk sieht oder dass man es als sieht, was man darf. Ja, das sehen aber schon die meisten so wirklich, weil wenn man es wirklich sich einmal einlässt, wenn man das einmal erfahren hat, ja, man lernt einfach so viel. Also ich kann nur sagen, mein eigener Horizont hat sich dermaßen erweitert durch diese 20 Jahre, in diesem Hospizwesen tätig sein durfte. Es ist einfach durfte. Ja, das ist ein unermesslicher Reichtum von dem, den ich mitgenommen habe in meine Pension und über den ich einfach heute noch sehr glücklich bin. Ja, ja, schön. Und hat sie da irgendwas bei dir, gibt es irgendwas, was die Leute eint? Ja, was die Leute eint, ist einfach, dass sie Menschen mögen. Die Liebe zum Menschen. Ja, ja, so würde ich sagen. Es gibt unterschiedliche Motivationen und ich denke mal, es ist alles okay. Es gibt Menschen, die einfach gerne, denen es gut geht und die gerne sagen so, ich möchte einfach der Gesellschaft was zurückgeben. Ich habe so viel Glück gehabt in meinem Leben, ich möchte gerne. Es gibt Menschen, die genau das Gegenteil, die selber eine schwere Erkrankung durchgemacht haben, die im eigenen Familienkreis Schweres erlebt haben und wo sie vielleicht keine Begleitung hatten und die dann sagen, ich möchte einfach mithelfen, dass es den Menschen nicht so geht, wie es mir gegangen ist. Dann gibt es Menschen, die selber älter sind und vielleicht auch einsam sind und sagen, ich mag einfach was Nützliches machen, ich mag für andere da sein. Und die Aufgabe des Vereins und der dort hauptamtlich Tätigen sowie der Koordination ist einfach zu schauen, dass das ganz stimmig ist. Und dass kein Überengagement auch passiert, wenn zum Beispiel jemand gerne Gutes tut. Man kann auch das, man muss schauen, dass das Maß stimmt. Man kann auch das übertreiben und dann ist es wieder zu viel des Guten. So ist es einfach. Und so sind die Motivationen wirklich unterschiedlich. Und ich denke mir, ja. Und die Zeitressource, das einziehen alle. Zumindest, wir haben immer gesagt, mindestens drei Stunden pro Woche ist die Zeit, die du aufwenden kannst, ohne dass du sie jetzt so wo rausschneidest, dass du vollkommen gestresst dann dort sitzt und auf die Uhr schaust, sondern die drei Stunden wirklich als Geschenk. Die bereit sind, dieses Geschenk zu machen. So würde das vielleicht sagen. Wo man dann eben, wie du vorher auch schon gesagt hast, richtig präsent sein kann in diesen Momenten dann. Genau. Genau. Das heißt, wenn vielleicht irgendjemand da draußen ist, der sich das anhört und sich denkt, könnte mich interessieren, wäre vielleicht was für mich. Man ruft an und informiert sich oder was wäre der richtige Zugang? In der heutigen Zeit, ich würde mir die Homepage vom Hospizverein Steiermark einmal anschauen. Die ist wirklich so gestaltet, dass man sich einfach einmal gut informieren kann. Es gibt Steiermarkweit-Teams. Ich glaube 33 Teams. Und ich würde dann, wenn man das gefunden wird beim Hospizverein, man kann anrufen, man kann sich anmelden. Für das Grundseminar, die Ausbildung schaut ja so aus, dass es zuerst einmal so Vorbereitungseinheiten gibt. Und es dient einfach dazu, da werden einfach die Ausbildungsinhalte vorgestellt und auch die Menschen stellen sich selbst vor und man schaut, also die Referenten schauen auch, ob die Rahmenbedingungen für den Menschen passen. Das heißt, ob jetzt wirklich auch zu spüren, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, dass ich mich mit diesen Themen auseinandersetze. Wenn ich jetzt zum Beispiel selbst in einer Trauer bin, dann glauben manche, das mache ich jetzt und dann husch, husch, husch bin ich aus meiner Trauer heraus. Also das ist ungünstig. Oder psychisch instabil. Man braucht schon eine psychische Stabilität auch. Und ein bisschen Lebensreife braucht man auch. Also unmittelbar nach der Matura. Kann auch sein, aber ist selten. Also man soll sich einfach schon, man soll einfach einmal schauen, ob es jetzt passt. Und dafür dienen diese Vorbereitungsabende oder Stunden. Und dann kann man sich für ein Grundseminar anmelden, wenn man möchte. Was mir auch von dem Interview damals hängen geblieben ist, wie unglaublich wichtig für die Mutter auf jeden Fall und für ihre Familie damals im Umgang Humor war. Als Bewältigungsmechanismus. Ist das auch eine Erfahrung, die du nickst, sehr energisch? Natürlich. Das ist einfach so, bis sie Normalität und gemeinsam lachen und auch lachen dürfen. Das ist nichts verboten. Es wird auch auf der Hospizstation ganz viel gelacht. Und es wird einfach geschaut, was jetzt für Bedürfnisse sind. Auf der Hospizstation haben schon mal im Juli einen Grießbaum aufputzt, weil es war sicher, dass dieser Mensch nicht mehr Weihnachten erleben wird. Aber der hat sich das noch so gewünscht, verstehst du? Da wird einfach... Und da ist Lachen ganz was Wichtiges. Ich habe manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, ob du es bestätigen würdest, dass das eben in Humor zu verwenden immer mehr verpönt wird als Bewältigungsstrategie. Dass man das immer weniger... Nein, über das darf man nicht lachen, weil das ist ein zu ernstes Thema. Und das geht auch so ein bisschen in die Richtung Political Correctness. Nein, über das darfst du nicht lachen, weil da leiden Leute drunter, wenn man über das und das Thema lacht. Ist das etwas, was du auch beobachtet hast? Also ich kann nur sagen, ich habe es nicht so erlebt eigentlich. Weil du kommst ja nicht hin zu einem schwer kranken Menschen, der da vielleicht in Schmerz geblatt liegt und kicherst hinein. Das ist es ja nicht. Aber über schöne Erlebnisse oder irgendwas, sich zu freuen und zu lachen, das tut gut. Das tut allen gut. Erinnerungen auffrischen, über Missgeschicke. Also denke ich mir, das tut gut. Es ist ein wertschätzender Humor. Es ist ja nicht ein Belächeln. Stimmt, es gibt auch eine unterschiedliche Qualität beim Humor. Natürlich. Ich möchte noch ganz gern, weil das ist auch etwas, was mir der Phil empfohlen hat. Du hast so viele spannende Sichtweisen aufgebaut, natürlich auch über die Zeit zum Leben und zum Tod. Die zwei Dinge sind nicht voneinander trennbar. Wo es Leben gibt, gibt es auch Tod. Das ist einfach, so ist es. Alles, was lebt. Genau, genau. Wie hat sich da vielleicht deine persönliche Sichtweise, du hast vorhin auch schon gesagt, dein Horizont hat sich erweitert. In welche Richtungen hat er sich erweitert? Gibt es da irgendwelche besonderen Dinge, die rausstechen für dich? Wie hat sich mein Horizont erweitert? Das habe ich vorher vielleicht schon gesagt, dass diese Vielfalt, die möglich ist und die Toleranz, dass jede Sichtweise, jede Haltung sein darf. Und das versuche ich auch in meinem Alltag zu leben. Ich versuche, das heißt nicht, dass es immer gelingt, aber ich versuche es einfach. Und ich versuche einfach diese Wertschätzung, das ist das, was ich so liebe. Das war dort auch für mich am richtigen Platz, weil ich einfach wertschätzend und liebevoll einfach umzugehen mit den Menschen und gelernt habe ich auch mit mir, das ist auch, wo ich mein Horizont, weiß noch, ob du das als Horizont erweitert sehen kannst, aber ich war immer gern für alle da. Das war immer meines, sei es Familie, sei es andere Menschen. Aber ich habe auch gelernt, mich selbst und meine Bedürfnisse und mein Wesen und die Karin wirklich ernst zu nehmen und zu lieben. Und das ist für mich eine, also dieser Weg nach innen, das ist für mich eine ganz, ganz, ganz besondere Horizonterweiterung. Das kann ich mir gut vorstellen, weil mir, also das kenne ich auch von mir, das ist eines der schwierigsten Dinge, sich selbst lieben und akzeptieren zu lernen. Anzuschauen und offen zu lassen. Nicht nur, am Anfang schaust du einen Moment hinein und dann machst du wieder zu und jetzt irgendwie habe ich das Gefühl und ich beschäftige mich über meine Themen einfach. Und ja, so dieses weit, weit zu werden, offen zu sein und das zu leben. Das ist auch etwas, was ich eben im Zusammenhang mit Trauer und Verlust und Schmerz schon gehört habe, dass da dieses sich öffnen und das auch ein bisschen fast hinein, hereinbitten sozusagen, dass das auch dazu gehört einfach. Das heißt nicht, dass man so super gut umgehen kann mit ganz schwierigen Situationen, wenn irgendein Leid oder was ist, dann trifft es einen voll. Aber man hat dann doch Strategien erlernt, wie man da vielleicht ja dir ein Selbstgut tun. Und man lernt sicher auch, ja, seine eigenen, wie du gesagt hast, Bedürfnisse, Grenzen und so weiter, das lernt man dann auch im Zuge dessen kennen. Und wertzuschätzen einfach und ja. Ich weiß nicht, ob du dich da aus dem Fenster lehnen magst, aber hat sich deine Sichtweise auf das Leben nach dem Tod verändert? Hat sich sicher verändert, würde ich mal sagen. Aber das ist natürlich, das ist meine ganz persönliche Haltung. Und da es auch jede Haltung ist, ist okay. Für den einen ist unser irdisches Leben, ist aus und aus. Und für den anderen, der ist so überzeugt, dass es weitergeht. Also ich gehöre zu den Zweiteren, ich bin überzeugt davon und fühle mich einfach verbunden. Aber das ist eigentlich das, womit ich mich jetzt auch total gerne beschäftige. Und da war vielleicht die Zeit im Hospizverein so Türöffner, würde ich einmal sagen. Aber wie gesagt, bei den Begleitungen und auch die Haltung ist einfach, das, was jeder glaubt, ist okay. Und nie missionieren, nur weil ich jetzt, weil ich überzeugt bin, dass wir ewig leben, zum Beispiel. Und du das nicht und natürlich deshalb auch. Bin ich auch. Ja, aber anders halt mich. Der Mensch, den ich jetzt begleite, also da wirklich achtsam zu sein und nicht zu missionieren. Und nie zu sagen, man kann das ja auch so und so und so und so und so sehen. Sondern nur dann, wenn der sagt, und wie sehen Sie denn das? Dann kann ich sagen, wissen Sie, ich für mich, ich kann nur sagen, wie ich es für mich spüre, so ist dann, dann sage ich das. Aber nie dem anderen die eigene Meinung so drüber stülpen. Also nie so missionarisch werden, das ist so ganz wichtig. Kannst du das nachvollziehen, warum es da fast einen Wettstreit zwischen den Glaubensrichtungen gibt, wenn man jetzt sagt, ich glaube ans Nichts und ich glaube an das Leben danach, warum die Leute immer eben dazu tendieren und neigen, eben da zu versuchen, zu missionieren und zu überzeugen. Na, das, was ich glaube, ist aber richtiger als das, was du glaubst. Und warum das so ist, das weiß ich nicht. Für mich hat das sehr viel mit Intoleranz zu tun. Ich bin glücklich, dass ich so sehe, wie ich sehe. Und ich würde mich freuen, wenn in meiner Familie das viele so sehen oder Menschen, die mir nahe stehen. Aber ich kann da jetzt nicht sagen, warum das ist. Da habe ich jetzt eigentlich nicht wirklich die Idee dazu. Aber ich glaube, weil jeder halt von seinem so überzeugt ist. Das ist das Schwierigste. Also das habe ich mal in einer Therapeutensitzung gehört. Da hat die Therapeutin gesagt, dass es immer viel schwieriger ist, sich selbst und seine eigenen Glaubenssätze zu verändern, als das bei anderen zu tun. Natürlich. Es ist ja ganz logisch, weil von außen siehst du ja. Du erkennst die Glaubenssätze des anderen, erkennst du ja ganz leicht. Aber dass du selber in deiner Suppe eigentlich herumschwimmst mit deinen Glaubenssätzen, das siehst du nicht und magst du auch nicht so gern sehen. So ist es einfach. Er hat wieder mit diesem Verschließen, beziehungsweise eben andersherum, sich dem auch nach innen zu öffnen. Ja, dem Zeit und Raum zu geben. Ich glaube, alles, was ich aufgeschrieben habe, haben wir eigentlich durch. Ah, nein, stimmt nicht. Aber das haben wir eigentlich schon auch ein bisschen besprochen. Das Thema Memento Mori. Eigentlich haben wir ganz am Anfang schon darüber gesprochen, dass man sich seiner eigenen Endlichkeit bewusst wird und dass das hilfreich sein kann, wenn man darüber nachdenkt. Und Memento Mori, ich weiß nicht, ob du das Sprichwort kennst, ich gehe mal davon aus, von den Stoikern, dass man halt jeden Tag sich eigentlich daran erinnert, dass das eigene Leben endlich ist. Kannst du dem was abgewinnen? Also ich kann dem grundsätzlich vielleicht schon was abgewinnen, aber für mich, ich gehe nicht jeden Tag an und denke mir nicht, dass ich eben sterblich bin, sondern ich denke mir, ich versuche jeden Tag mit möglichst großer Freude und so gut ich kann zu leben. Also ich versuche, ich habe so meine Rituale, dass ich einfach jeden Tag denke, das ist ein Tag in meinem Leben und wow, danke, 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 ja, dass mein Körper so funktioniert, danke, dass ich einen Geist zur Verfügung habe und ich versuche einfach den Tag in meinem Leben so gut ich kann. Und so, das ist so mein, und ich meine, im Endeffekt ist es so, natürlich in dem Wissen, dass es endlich ist, aber ich beginne den Tag jetzt nicht so mit dem Denken, ich bin sterblich und, sondern ich versuche jeden Tag einfach schön zu machen. Ja, so gut, ich kann jetzt auch das Motto bei uns Pfad finden. Ja, ja, die Partys, die sind so und so, ganz großartig. Super. Hast du noch irgendwas, wo du das Gefühl hast, das habe ich jetzt gar nicht angesprochen und das möchtest du aber gerne noch irgendwie festgehalten haben? Fällt mir jetzt momentan auch nicht sowas ein. Es war vielleicht ein bisschen Kudelnudel, hätte ich gesagt. Das macht nichts, das ist bei mir immer so. Aber es ist das, was spontan gekommen ist. Also, ja, ich finde einfach, sich damit auseinanderzusetzen, ist wirklich eine Bereicherung. Ich kann es nur jedem wünschen, sich einmal damit auseinanderzusetzen. Und wie gesagt, die Homepage des Hospizvereins ist der erste Schritt vielleicht einmal, sich anzuschauen, spüren, passt das überhaupt für mich? Muss ja nicht passen, aber es ist auf alle Fälle wertvoll. Dann habe ich noch eine Schlussfrage, die ich jetzt begonnen habe zu stellen. Angenommen, du könntest, weil der Podcast heißt ja DAW, so wie die Friedensdaube, angenommen, du könntest eine Brief-Friedensdaube verschicken. An eine Person. Egal, ob jetzt Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Welche Person wäre das und was wäre der Inhalt von diesem Brief? Ich würde eine Taube verschicken, die einfach ganz offen und weit ist und die würde ich losschicken. Und die würde ich einfach, ich glaube, die findet ihren Weg. Ich könnte das jetzt gar nicht so sagen. Das hat mich jetzt ein bisschen überrumpelt, aber mein Gefühl wäre einfach, ich würde eine Taube mit Liebe auffüllen, so viel wie ich kann und würde sie schicken. Es ist so viel Bedarf und ich denke mir, die geht ihren Weg und die findet. Ich denke mir manchmal, Liebe ist der Kleister fürs Universum. So ist es. Ich glaube, dass wir das einfach sind. Wir sind einfach in unserem wahren Wesen. Und das haben wir vergessen. Ja, verlernt. Verlernt, ja. Sehr schöne Antwort. Und zum aller, aller Schluss. Was ist dein Lieblingsvogel? Mein Specht. Das Erste, der mir einfällt, ist der Specht. Aber ich kann dir jetzt auch nicht philosophisch sagen, warum. Aber einfach, wir haben so eine große Freude, dass uns da mehrere Spechte besuchen. Und die haben wir einfach besonders ins Herz geschlossen. Für die Zuhörenden muss man dazu sagen, ich sitze mit Blick auf den Balkon und wir haben vorher schon den Specht beobachtet, wie er sich ein paar... Genau, aber das ist jetzt einfach nur aus dem Moment heraus. Cool. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Dass du dir die Zeit genommen hast. War echt ein super Gespräch, finde ich. So. Tief durchatmen. Für manche war das jetzt vielleicht sehr intensiv, aber ich glaube, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Ich habe es irrsinnig spannend gefunden, Karin zuzuhören. Ich freue mich schon sehr, im DeepDef dann noch tiefer in die Materie einzutauchen, weil, vielleicht habt ihr es eh schon gemerkt, mich interessieren derartig spirituelle, philosophische Themen sehr. Den DeepDef gibt es übrigens immer am Freitag auf Englisch. und das Klopfen vom Specht, das gibt es jetzt. So, das war's für heute. Noch einmal tausend Dank fürs Reinhören und überhaupt für alles. Und zum Schluss jetzt noch einmal die Erinnerung. Schaut auch bei den tollen kreativen Menschen rein und deren Social Media Präsenz vorbei. Die Accounts gibt es dann in den Shownotes. Und fleißig voten, voten, voten für den Ö3-Podcast. Es sei euch gedankt. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Bussis auf eure Bäuche. Natürlich nur mit Konsent. Bis bald. Euer Jakob. Ich bin Räuche. Ich bin Räuche. Vielen Dank.